Moin, heute schauen wir uns das Produkt Pflanzenkohle der Brüningen Gruppe an. Wir sind zu diesem Produkt gekommen über die Versorgung mit Biomasse verschiedener Pyrolyseanlagen. Aus unserem Kundenstamm wurden wir eben mehrfach angesprochen. Interessant für uns ist natürlich auch das, was am Ende der Pyrolyseanlage rauskommt, die Pflanzenkohle. Und hier haben wir den glücklichen Zufall, dass ein Kunde von uns die Pflanzenkohle uns bereitgestellt hat und wir auf unseren eigenen Feldern mit dem Högenhof einen Versuch durchführen können. Hier haben wir die Pflanzenkohle auf einer Fläche ausgebracht, untergemixt sozusagen. Und als Pflanze, die wir hier uns anschauen wollen, haben wir die Kartoffel genommen. Die haben wir bereits ausgebracht und warten jetzt mal auf die Ergebnisse und sind natürlich richtig gespannt, wie sich das entwickelt. Ob wir auch diesen Mehrwert sehen, den wir uns davon versprechen. Gerade im Sommer wissen wir, es wird manchmal ein bisschen trockener. Vielleicht sieht man da schon direkt einen Unterschied. Und natürlich bei der Ernte, wie sieht wirklich die Kartoffel aus? Sehen wir da einen Vorteil? Das ist etwas, was uns richtig begeistert, wo wir dann auch direkt sehen, was kann das Produkt Pflanzenkohle? Wie können wir da aktiv unterstützen? Wenn wir natürlich Ihr Interesse hier geweckt haben, fühlen Sie sich frei, melden Sie sich einfach bei uns.